Eine sichere und ordentliche Planung der Kostenstellen ist für das Controlling eines Unternehmens das A und O. Das Arbeiten mit zwei unterschiedlichen Systemen ist hier nicht nur zeitraubend und mühsam, es können durch die doppelte Datenverwaltung und den Datentransfer auch Fehler entstehen. In der Budgetplanung eine absolute Katastrophe! Genau vor diesem Problem stehen Sie mit Excel und SAP? Machen Sie sich die Planung leichter mit Alevo! Alevo integriert Microsoft Excel vollständig in SAP und bietet Ihnen die Möglichkeit, Excel weiterhin als Benutzeroberfläche zu nutzen. Um mit der Kostenstellenplanung zu beginnen, loggen wir uns über SAP ein und öffnen im nächsten Schritt Alevo. Hier wählen wir die gewünschte Kostenstelle aus, beispielsweise die Kostenstelle 1000 bis 1200. Nun starten wir Excel. Die Referenzdaten werden in Echtzeit aus SAP ausgelesen und in die Excel-Oberfläche, unserem Alevo Master, geladen. Nun sehen Sie alle Kostenstellendaten im Excel Frontit. Von der Übersichtsseite kann man ganz einfach in die Budgetansicht wechseln. Es ist sogar möglich, eine monatsgenaue Planung der Kostenstellen durchzuführen, ob beispielsweise linear oder halbjährig. Planen Sie je nach Bedarf. Auch in Ihrer Vorkastplanung können Sie eine manuelle Monatsplanung durchführen. Mit Hilfe der Kommentarfunktion können wir Anweisungen oder Informationen für Kollegen hinterlegen. Und der Startbutton führt Sie immer zurück auf die Übersichtsseite Ihrer Kostenstellenplanung. Mit Klick auf den Button Plandaten übernehmen können wir zuletzt unsere Planung mitsamt Kommentaren in das SAP-System übernehmen. Da ausschließlich das uns bekannte Excel als Frontit benutzt wird, fallen lange Einarbeitungsphasen weg. Profitieren Sie von der übersichtlichen Excel-Oberfläche, die Ihnen Alevo bietet und arbeiten Sie so benutzerfreundlich. Die Splasher-Funktion ermöglicht Ihnen eine Verteilung von Jahres- auf Monatswerten und genauso auch umgekehrt. Sparen Sie Zeit und Geld, die Sie sonst immer für die doppelte Datenverwaltung gebraucht haben. Lesen Sie Referenzdaten in Echtzeit aus Ihrem SAP-System aus und laden Sie diese jederzeit durch einen Klick wieder ein. Nutzen Sie Planversionen zur Erstellung von Szenarien. Und wenn Sie mal kein Internet haben und Offline planen wollen? Das ist kein Problem. Sie können die Daten offline erstellen und in die SAP-System einlesen, sobald Sie wieder Internet haben. Alevo von der Kern AG – die Lösung für eine einfache Kostenstellenplanung. Das ist ein Problem.